Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatte.de. Schön, dass ihr hier seid und ich fühle mich wie gedopt im schachlichen Sinne. Erstmal hört sich sehr komisch an, ich weiß, aber ich habe die letzten zwei Tage zum Aufnahmezeitpunkt jeweils beide Tage zwei Stunden Schachtraining bei meinem Trainer gehabt und es ging die ganze Zeit nur um Visualisierung, wie seit Monaten. Ich mache seit Monaten nichts anderes mit meinem Trainer als Visualisierung und es ist ein bisschen so, als wenn man ins Fitnessstudio geht und danach ist man ja irgendwie wie aufgepumpt oder so. Also nicht, dass ich jetzt so oft ins Fitnessstudio gehe, aber trotzdem, man kennt ja diesen Effekt und es ist so, nachdem man wirklich intensiv trainiert hat, sieht man das Brett ganz anders. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, war jetzt hier schon genug angekündigt, aber auf jeden Fall habe ich jetzt Lust hier eigentlich auf eine scharfe Partie mit viel Taktiken. Sieht aktuell nicht so aus. Ja, ich glaube, ich habe noch nie so lange geredet nach dem Intro, aber was wir hier am Brett haben, ist das Londoner System. Mit dieser Variante, die hatte ich schon mal hier am Brett, wo der Gegner hier eigentlich eine komische Stellung spielt, nach Dame W6, Dame C1, ein bisschen passiv, aber also ich kann mir nichts anmaßen, der hat knapp 2,5. Aber auch gestern, als ich dann, also ich habe direkt nach dem Training ein paar Partien geblitzt und das ist echt, also so zweimal einen 2,6er so richtig auseinandergenommen, so richtig taktisch und das also normalerweise sind die, gewinne ich eher auf strategische Art und Weise, aber wenn man so voll drin ist in diesem, in diesem, ähm, ja, diesen Taktikmodus, dann, dann spielt man echt anders. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich hier sage und wundert euch nicht, was redet der denn. Okay, also, was haben wir am Brett? Ähm, ja, eine Stellung, die auf jeden Fall, auf jeden Fall Weiß hier wenig erreicht, das ist klar. Ähm, wundern mich, warum ihr so eine Variante spielt oder sie, ähm, aber wir müssen hier vorsichtig sein. Also, hier erstmal diesen Schlagzug rechnen, das ist, also wir können auch den Springer schlagen, das ist nur nichts Besonderes, also den Bauern hier neben ist ja irgendwie so ein bisschen forcierend, muss natürlich zurückgenommen werden, sonst haben wir einen gewonnen. Ähm, Turm C8. Und die Dame hat gar nicht viele Felder. Die Dame hat, ähm, also er kann was dazwischenstellen, dann verliert er aber eine Figur. Okay, vielleicht irgendwie der Springer oder so dazwischensteht, dann schlagen wir und wenn er zurückgeschlagen wird, steht er wieder in der Fesselung drin. Also hier in dieser Stellung nach Turm C8, ähm, hat die Dame ein Feld, nämlich hier C1, ähm, und, naja, wir haben einen Bauern, können hier einen zweiten holen, aber wir hätten hier auch den Zug, ähm, Läufer C2, nachdem hat die Dame wieder ein Feld, hier, ähm, C1, wir hätten Dauerschach. Okay, Dauerschach wollen wir nicht, aber ich glaube, wir haben ja in dieser Stellung wirklich ein Dauerschach. Ähm, schlägt, schlägt. Nein, wir haben ja kein Turm C8, Turm C8. Okay, Leute, das war, das war eine viel zu tiefe Kalkulation dafür, dass Turm C8 nicht geht, nach dem Opfer, das Opfer funktioniert einfach gar nicht. Ähm, habt ihr wahrscheinlich auf einen Blick gesehen und ich hab mich hier blamiert, aber, okay, Springer DF3. Wir haben die Option von Springer B4 mit der Drohung Springer C2 und der Springer kann nicht genommen werden, ähm, Springer B4 sieht auch nicht schlecht aus, hier Opfern bringt übrigens nichts, weil, also wir müssen am Ende ja den Turm gegen die Dame geben, ähm, aber Springer B4. Was kommt realistisch gesehen? Rochade. Wir können reinspringen vom B1, aber ich sehe hier keinen starken Zug, also wir können mit dem Springer auch überall, wo wir hingehen, wird der Springer genommen und wenn wir den Turm nehmen, wird der Läufer zurückgeschlagen. Also, hier, ähm, sieht zwar schön aus, aber es ist einfach nichts drin und in solchen Stellungen muss man sich zusammenreißen und einfach rochieren, weil, also es ist, es ist sinnlos hier, hier jetzt irgendwas zu starten, weil wir sind, äh, wir haben noch nicht rochiert, jetzt H3, ähm, macht Platz für den Läufer, also zum Beispiel jetzt auf Springer H5 kann der Läufer zurück, das ist meistens eine Begründung, weshalb jemand sowas wie H3 spielt, ähm, hat sich was verändert, auf Rochade eigentlich gar nichts, also der Gegner steht hier drin in dieser Fesselung, aber wir können davon auf keinen Fall Profit schlagen, so fühlt sich es zumindest an. Hm. Okay, also, wir müssen ein bisschen prophylaktisch denken, ähm, Springer H4 würde aktuell, ähm, das Läuferpaar gewinnen und ich will diesen Läufer nicht hergeben, also spiele ich auch H6 und den Läufer zurückzuziehen. Ich weiß, ähm, wahrscheinlich sind einige jetzt ein bisschen enttäuscht, weil, weil, so wie ich geredet habe, ähm, war die Stellung schon richtig grandios, aber ich glaube, ich war einfach, ähm, ja, also, die weiße Variante ist nicht gut, die ist, weil weiß schafft es nicht hier Vorteil mitzunehmen, aber die ist jetzt auch nicht schlecht oder so, also die Stellung ist einfach grob ausgeglichen, ich habe lieber schwarz wegen diesem aktiven Turm, aber hier, hier ist einfach, denkt daran, die Eröffnung ist wie ein Sprungbrett, wir landen irgendwo und ab hier zählt wirklich Kalkulation, ähm, wer, wer kann besser rechnen, wer hat besseres strategisches Verständnis, genau, Springer E4, Springer steht hier gut, ähm, ja, beide haben jetzt so einen Springer hier drinstehen, oh, okay, das sieht nicht gut aus wegen Springer D4, oh, gab es hier gerade eine Gabel, unangenehm, okay, ich muss hier gar nichts erzählen von, äh, von taktisch stark, wenn ich hier diese Gabel übersehe, aber ich, also, ich, ich rechne auf jeden Fall mehr Taktiken, äh, als für gewöhnlich, aber es wird eine spannende Stellung, weil ich, der Gegner hat hier eine Gabel übersehen, und ich glaube, wir haben in dieser Stellung Springer schlägt D4, und auf Springer D7 haben wir einen Schach und wir nehmen die Dame, haben also schon eine glatte Dame gewonnen, wenn der Gegner die Dame jetzt nimmt, ähm, können wir zurückschlagen, ist eine Figur oben, ähm, auf Springer D4 kann man also nicht die Gabel spielen, auf Springer D4, wenn man schlägt, nehmen wir die Dame, und auf Springer D4, ähm, drohen wir den Läufer zu nehmen, heißt, auf Springer D4 kann jetzt der Läufer ziehen, zum Beispiel hier nach F3, dann können wir erstmal das hier decken und danach den Springer wieder wegziehen, ja, ich trau mich, ähm, Läufer E3 läuft hier auch in, ähm, Springer E2 rein, wovor ich aber jetzt Angst habe, ähm, ist der Zug Läufer, ach, Läufer F3 nehmen wir raus, aber irgendein Läuferzug, zum Beispiel Läufer D1 in dieser Stellung, ähm, ja, Läufer D1, und die eigentliche Drohung ist hier Läufer E3, darf man nicht unterschätzen, und Läufer und Springer D7 droht hier auch, wir müssen wirklich vorsichtig sein, sehr vorsichtig, ähm, was wir hier jetzt machen, entscheidet wahrscheinlich die Partie, ähm, ja, die Dame hat wirklich wenig Felder, es ist, äh, wenn man wirklich gerade so frisch aus dem Taktik-Training kommt, ist das hier jetzt, ähm, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit verwendet, ich habe hier auch, ähm, es ist eine längere Bedenkzeit als sonst, ähm, 15 plus 5 statt, ähm, 10 plus 5, wollte ich mal wieder ausprobieren, müssen wir drumprobieren, ähm, ja, also wir haben verschiedene Möglichkeiten, also die Stellung hier ist auf keinen Fall schlecht, ähm, wir haben aktuell den Bauern mehr, ähm, müssen nur überlegen, also Läufer E3 und Springer D7 drohen, das heißt eigentlich müssen wir nur die Dame wegziehen, zum Beispiel hier Dame D8, ähm, und beide Probleme sind behoben, aber diese Dame hat so wenig Felder, und ehrlich gesagt, lockt es mich schon hier, zum Beispiel bei Läufer A3 nachzudenken, ist ein Drohzug, müssen wir rechnen, droht nämlich zu schlagen, ähm, wenn der Bauer schlägt, Turm schlägt C3, die Dame hat sehr wenig Felder, ähm, im Prinzip nur B1, und das könnte halten, also es ist halt so, das sind Züge, die würde ich jetzt in Langzeit richtig auseinandernehmen, ich würde da extrem viel dran rechnen, aber hier in, ähm, in so einer, in so einer Schnellschachpartie ist es, ist es nicht richtig, jetzt so viel Zeit drauf zu verwenden, okay, wir rechnen mal noch kurz an Dame A6 oder Dame B5, ähm, die Dame auf diese Diagonale hier stellen, mit dem Ziel einfach auch hier so Springer E2-Schach zu spielen, ähm, und dann auf Läufer schlägt, ähm, Dame schlägt, einfach das, das Läuferpaar zu gewinnen, das hört sich jetzt gierig an, aber Läuferpaar ist schon eine nice Sache so, und ja, ich spiel, ich spiel Dame A6. Hoffe, dass es kein Einsteller ist, ähm, aber, also, ich, ich, ich sehe nicht warum, wir haben hier wirklich aktive Figuren, der kann zwar abtauschen, aber abtauschen ist auch, okay, ich hoffe, ich hab nichts übersehen, schlägt, Läufer schlägt, abtauschen ist auch nicht das, was, was mir hier Sorgen bereitet, weil ich einen Bauer mehr hab, und der Läufer ist eine gute Figur, der Springer ist eine sehr gute Figur, dieser Turm ist eine gute Figur, und ihr merkt es, weiß steht so ein bisschen hinten drin, weil, ähm, das direkt aus der Öffnung so kam, deswegen hier, ja, Londoner System, spannende Stellung, ähm, wir haben Bauer mehr, Dame D2, der Springer hängt, wir haben keinen Springer E2, die Dame ist jetzt mit drauf, ähm, Damm schlägt, F1 muss man rechnen, König schlägt, Rot aber nichts, Würfel schlägt G2, König schlägt, auch nichts, ähm, okay, unser Springer hängt, wir müssen reagieren, ich sehe, also ich bin jetzt so die Schach- und Schlagzüge durchgegangen, weil das ist eine sehr scharfe Stellung, also es riecht nach Taktik, aber ich hab nichts gefunden, und da muss man also jetzt hier einfach die Zähne zusammenbeißen und einen, äh, ja, einen soliden Zug spielen, Springer C6 ist solide, droht das Abtauschen, ist eine Drohung, wir haben einen Bauern mehr, ähm, Turm E1, relativ, ja, schnell gespielt hier, Okay, hier gibt's auch wieder verschiedenste, äh, Ideen in dieser Stellung, weil Springer tauschen ist ja eigentlich schon sehr angenehm, mache ich deswegen auch direkt, Läufer schlägt, ähm, ich bin froh, wenn dieser Springer runter vom Brett ist und jetzt hier sind vielleicht so Ideen, Dame F4, Dame G3, Richtung Matt zu gehen, aber ich, wir sind, und wir haben viel besser entwickelte Figuren, tendenziell gibt's hier ein bisschen Probleme auf den, auf den weißen Feldern für Weiß, nur kurz überlege, also wahrscheinlich ist der nächste Zugläufer E2, wenn ich nichts mache und ist jetzt nicht, ist jetzt nicht schlimm oder so, aber ist ein bisschen unnötig, dass Weiß hier ein gutes Spiel kriegt, deswegen überlege ich hier diesen zu spielen, Damen tauschen natürlich genial, wir haben einen Bauern mehr, aber ich denke auf Dame D3 kommt der Zug Dame F4 und dann im nächsten Läufer E2, weil dann kommen wir auch rein, aber wir müssten eigentlich hier solide spielen, weil es ist solide, Läufer D6 ist solide, ein bisschen Idee abzutauschen, aber bringt nicht viel, Läufer E2, wir hätten hier auch Läufer G5, das ist ein schön aktivierender Zug, F4 schwächt die Stellung ziemlich krass, ich glaube dann haben wir auch sowas wie Läufer H4, ja doch, ich spiele diesen Zug, das gefällt mir gut, aktiviert einfach den Läufer, F4 ist sehr schwächend, das ist glaube ich einfach aus strategischer Sicht ein bisschen ungenau, weil dann spiele ich auch nochmal Läufer H4 mit Temp, und ihr seht, dieses Läuferpaar leuchtet direkt in die gegnerische Stellung rein, ziemlich unangenehm, die Dame hat auch eine krasse Diagonale, also ich habe hier dieses Spiel echt sehr gute Diagonalen und Linien, und deshalb habe ich sehr viele Felder unter Kontrolle, nebenbei auch einen Bauern mehr, man muss nur aufpassen, dass, also das Weiß hier jetzt kein Gegenspiel am König bekommt, aber dagegen ist Läufer G5 ja schon mal eine ganz gute Abhilfe, auch hier spielt Weiß wieder sehr schnell, aber wirklich passive Figuren, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das gefällt mit dem, mit dem, mit dem längeren Zeitmodus, ich habe das Gefühl, die Partie hat mehr Substanz, als wenn es 10 plus 5 ist, aber kann auch sein, dass die Videos ein bisschen lang werden, ich habe schon die Erfahrung gemacht, bei den 15 plus 10, 15 plus 5 Videos, dass die am Ende gar nicht geklickt werden, oder das heißt gar nicht, aber sehr wenig geklickt werden, teilweise nur so 40, 30 Prozent vom Normal, weil die einfach so lang sind und Leute nicht gerne so lange Videos schauen. Okay, Dame E2, überraschender Zug für mich, Damentausch habe ich gar nichts dagegen, also wirklich gar nichts, ich habe einen Bauern mehr, man kann überlegen, hier weiter aktiv zu spielen, weil es ist schon ein Haufen, den Weiß hat von schlechten Figuren, okay, der Turm ist nicht schlecht, sorry, aber die zwei auf jeden Fall, und bei mir sind die Figuren deutlich besser koordiniert, deswegen Läufer D3 vielleicht doch Damen am Brett lassen, wohin geht die Dame, die hat nicht viele Felder, die hat sehr wenig Felder, dieses und dieses Feld, ja, aber ich tausche Damen, ich habe einen Bauern mehr, ich muss hier auf jeden Fall vormachen, wie ich es auch meinen Schülern raten würde, und wenn wir hier so einen Bauern mehr haben, dann kann man schon mal ruhig Damen tauschen, außerdem haben wir hier auch, ja, schöne Läufer, und tendenziell die Idee eines Minoritätsangriffs, hier am Darmflügel, das ist jetzt so ein bisschen der strategische Standpunkt, was will Weiß, wahrscheinlich, vielleicht auch C4, aber das funktioniert aktuell noch nicht, die Frage ist nur, wie wollen wir uns aufstellen, der Turm hier, der ist noch nicht zufrieden, wollen wir diesen Läufer hier abtauschen, könnte man sich überlegen, mit Läufer F6, schlechter, zwar die Bauernstruktur, aber, na, müssen wir nicht, ähm, erstmal A6, A6 ist ein ruhiger, solider Zug, plant B5, auch Züge wie Turm C6 und Turm C8, funktionieren jetzt besser, okay, was ist die Idee, von Läufer D4, kam so schnell, aber, also, nach B6 wohl nicht, F6 wollte ich auch nicht spielen, dann, also, vielleicht war es prophylaktisch gegen F6, aber dann sperre ich den Läufer aus, der Bauer wird schwach, ähm, ja, gibt mir, Gelegenheit, hier Turm C6 zu spielen, das war auch eine Idee von A6, dass ich jetzt ein schönes Feld für den Turm habe, das nicht von Läufern angreifbar ist, auf dem ich gemütlich verdoppeln kann, und dann meinen Minoritätsangriff starten kann, ähm, ja, und, und unsere Läufer sind einfach besser, das muss man so sagen, schaut hier, diese Diagonalen, also, klar, man kann jetzt auch, genau, ähm, parallel dazu sagen, schaut doch diese Diagonalen, ähm, aber diese Diagonalen stören mich nicht, also, was, hier, hier ist gar nichts, also, und, und diese Läufe hier, haben hier zentrale Felder mit abgedeckt, und Felder, auf die die gegnerischen Türme vielleicht gerne gehen würden, oder dieser Läufer hier, der wäre auch lieber auf dieser Diagonale, ähm, geht aber nicht, weil da meiner steht, ja, man muss aufpassen, vielleicht ist hier ein guter Plan, G3, F4 zu spielen, ähm, dann wird dieser Läufer ausgesperrt, aber, okay, F3, okay, habe ich nicht so damit gerechnet, ähm, okay, ich gehe nicht nach F5, G4 ist ein Zug, also, wir sind jetzt hier im Endspiel, da will man auch Raum gewinnen, ähm, G4 erlaube ich dem Gegner nicht, jetzt die Frage, ob H7 oder G6, da entscheide ich mich für G6, hat die Idee, vielleicht den mal hier noch zu nutzen, auf H7, nimmt er mir sogar das Luftloch für den König, also G6 sieht schon besser aus, ähm, tendenziell, hat F3 wenig vorangebracht, diesen Läufer noch verschlechter, okay, er spielt jetzt G3, oder sie, um F4 zu spielen, das ist ein guter Plan, ähm, hätte ich glaube ich auch so gemacht, mit, mit Weiß, ah, und das ging davor, na doch, das ging davor auch schon, okay, ähm, okay, was spiele ich auf F4, ja, der Läufer, der hat auch noch gute Felder, zum Beispiel auf F6, ich habe gar kein Problem, den hier abzutauschen, und auch auf E7, kann man ihn zum Beispiel wieder nach C5 stellen, ähm, also muss ich jetzt da nicht krampfhaft reagieren, sowas wie, F6 und E5, ähm, halte ich für nicht so toll, weil der Bauer hier geschwächt wird, ich mache einfach ganz normal weiter, mit dem Standardplan, Turm C8, und jetzt die Riesenfrage, stelle ich den nach E2 und C5, gefällt mir sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut, ähm, und dann nach F6, und tauscht diesen Läufer ab, mit der Hoffnung hier, Material zu tauschen, ich entscheide mich hier für E7, sieht mir einfach gesünder aus, die Sparrenstruktur nicht zu verschlechtern, und auch hier übrigens gibt es ein schönes Feld für diesen Läufer, auf E4, also, ist schon eine schöne Stellung gegen einen relativ starken Gegner, okay, der hat ein Fragezeichen hinter seinem Rating, aber hatte auch schon 13 Partien gespielt, ähm, stand zumindest vorhin da, ja, also, okay, H4, okay, er will einfach die Figur nicht verbessern, H4, H5, ja, gewinnt Raum, aber was dann, dann ziehe ich halt den Läufer, ähm, okay, ich könnte jetzt, hier an dieser Stelle, Läufer C5 spielen, oder ich spiele B5, und lasse mir Zeit, ich habe nur ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, B5, B4, ja, sieht grauenhaft aus, der Bau wird schwach, aber ich habe dann keinen Läufer C5 mehr, aber Läufer F6, sollte völlig ausreichen, okay, ich habe hier, ah, okay, auf B5, Standardreaktion natürlich, A4, hätte ich fast vergessen zu überlegen, ähm, ja, dann B4, okay, das Schöne mit dem Turm auf C6 ist, der deckt hier auch den A6 Bauern, also, ich kann auch wieder, wieder B4 spielen, also, es war schon ein relativ wichtiges Manöver, hier A6 spielen, okay, A3, also, ich würde mich aus dem Fenster legen und sagen, weiß, weiß hat jetzt nicht so viel Strategie gemacht, weil, weil hier, das ist nicht, also, es ist einfach strategisch nicht so solide, was, weiß, ihr macht, muss nicht heißen, dass er nicht, oder sie nicht ein starker Taktiker ist, aber, es ist halt relativ passiv, und ich kann eigentlich machen, was ich will, also, ich habe hier, er hat auch, oder sie hat mir auch meine ganzen Damen, meine Damen abgetauscht, das ganze Material, und ich habe jetzt hier einfach eine Stellung, mit einem Bauern mehr, die man im Regelfall nicht mehr verliert, und schön auf Sieg spielen kann, okay, Turm D1, was ist die Idee, Turm verbessern, klar, aber, gibt es hier irgendwie, ah, vielleicht Läufer D3, und im Reihen Turm ein Spiel, aber auch Läufer D3 spiele ich vielleicht sogar, Läufer H5, oder ich tausche auch die Läufer, also, hier kann ich weitermachen, A5, wir sind immer noch voll im Minoritätsangriff, wir wollen mit den 2 Bauern gegen die 3 spielen, am liebsten, ähm, so abtauschen, dass eine Schwäche entsteht, auf die wir dann gehen können, und, das wäre auch schon jetzt eine gute Stellung, sagen wir, ohne diesen Bauern hier, glaube ich, hat Schwarz auch schon die besseren Chancen, jetzt haben wir halt noch, äh, einen Bauer mehr, Turm D4, aber ich will, ich will jetzt nicht, äh, nicht irgendwie, die Stellung als, als gewonnen betiteln, das kann ich nicht einschätzen, ob das gewonnen ist, aber, es sieht schon relativ gut aus, wir brauchen nur irgendwie einen Plan für die Figuren, ähm, das ist eine Idee, Läufer C2, Läufer B3, Läufer C4, sonst weiß ich nicht, wie wir richtig Fortschritt machen können, ja, okay, wir könnten darüber legen, Turm B8, B4 ist eine Drohung, schlägt, schlägt, Bauer schlägt, mh, nee, kein Risiko, Läufer C2, Läufer B3 und Läufer C4, ähm, ja, weiß, aktiviert den König, das ist ein bisschen der Preis, den man hier zahlt, aber, also wir müssen unbedingt den König aktivieren, ich bin der Letzte, der nicht, äh, von, der nicht die Königsaktivität im Endspiel befürwortet, das ist total wichtig, aber ich glaube, dieser Plan ist gerade wichtiger, dass wir hier, ähm, schnell mit den Bauern noch weiter vorrutschen, und ich habe auch Angst, wenn der König jetzt hier auf diesen Feldern steht, dass es so ein bisschen Fesselungsprobleme gibt mit den Türmen, ähm, ups, Läufer D3, okay, okay, ist schon mal keine schlechte Diagonale hier, ähm, Zieldrichtung König, die habe ich jetzt abgegeben, das stimmt, ähm, okay, trotzdem Läufer C4, ich sehe keine Taktiken, vorsichtig, droht gerade so tendenziell mal Grundreinmatt, ähm, weil der Läufer deckt dieses Feld, kann man durch ein gezieltes König F8, ähm, abwenden, und jetzt hier Läufer C4, also wenn sich der Läufer abtauscht, also das Endspiel nehme ich super gerne, entweder nehme ich mit dem Turm, oder wahrscheinlich nehme ich direkt mit den Bauern, und spiele dann auf den schwachen B-Bauern, grauenhafte Stellung für, für Weiß, ich tippe mal auf verloren, auf jeden Fall, ist ja schwierig, genau, oder für C2 besser hier die Läufer am Brett zu halten, ähm, und jetzt will ich irgendwie B4 durchdrücken, muss man nur aufpassen, weil, ob Weiß hier nicht, mit B3, oh, B3, krass, B3 ist hier sehr, sehr, sehr unangenehm, fängt den Läufer, hm, hier habe ich mich echt in eine doofe Situation manövriert, war unnötig, den Läufer hinzustellen, also, wir können immer noch B4 spielen, tauscht, 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 ja, also aktuell droht B3, und, also, ich muss B4 spielen, es ist, vielleicht also Läufer A2 Sachen, könnten noch eine Idee sein, aber, hier gehe ich jetzt sozusagen, gebe ich jetzt den Bauern wieder her, okay, Turm B5, kommt, glaube ich, wieder B3, das ist ja total nervig, so wollte ich das ehrlich gesagt nicht spielen, das habe ich ein bisschen verdorben, also, die Stellung ist nicht, ist wahrscheinlich immer noch besser für Schwarz, aber, also, das war super unnötig, was ich hier gemacht habe, aber, ja, nicht der richtige Zeitpunkt für Vorwürfe, in der Analyse danach, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt, wenn ihr, wenn ihr diese Partie spannend findet, wenn ihr was gelernt habt, es hat ja schon einiges an Zeit hier gebraucht, aber, also, für mich ist es, ich lerne hier auch gerade was und, ja, liked, abonniert den Kanal und, hilft mir ein bisschen weiter, okay, ja, Doppelbauer, aber Doppelfreibauer, ausgeglichetes Material, wir haben hier tendenziell eine sehr starke Kombination aus Läufer und Bauer, aber, ja, es ist jetzt unklar geworden, mein Plan ist klar, ich spiele Turm B8 und will den Bauern wieder abholen, ähm, dann hätte wer den Minoritätsangriff auch erfolgreich gelaufen, weil wir eine Schwäche gebildet haben, Frage ist nur, ob jetzt, ähm, weiß, irgendwie, entweder den Bauern deckt, also, schafft den Bauern zu behalten, halte ich für unrealistisch, aber, zum Beispiel, schafft genau, irgendwo Gegenspiel zu bekommen, wie hier mit, mit F5, okay, das ist, alles sehr heikel, was hier, was hier passiert, ähm, okay, haben wir gut Abzüge, also, wenn der Läufer zieht, hängt dieser Läufer, ähm, das ist, schon mal relativ wichtig, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Läufer B5 ziehen, oder Läufer A6, dann muss dieser Läufer ziehen, das Schlagen halte ich für, nicht gut, weil wir mit Schach schlagen, ähm, okay, also wir ziehen den Läufer, Läufer A6, der Läufer zieht nach B1, gibt irgendwie kein anderes, schönes Feld, und, das hat unsere Situation, glaube ich, nicht so krass verbessert, hm, Läufer A2, Läufer D3, bringt auch wenig, also, hier, okay, die Zeit wird auch noch knapp, das ist ja alles hier, ähm, schwierig, sehr schwierig, ähm, habe ich mir so nicht gewünscht, aber das ist jetzt egal, okay, der Zug war auch nicht so toll, also Bauer schlägt, Turm schlägt, Läufer F5, ach, wisst ihr, was ich nehme mit dem, mit dem Bauern, ähm, ist ein bisschen riskanter, auf jeden Fall, also jetzt hier, ich habe eine Schwäche am König, der Läufer ist sehr stark, ähm, der kann auch auf G6 sehr stark sein, aber ich will diese Partie unbedingt gewinnen, ich will, äh, den Gegner hier drüber spielen, vielleicht jetzt die F-Linie für den Turm nutzen, ähm, wir haben Zentrum, hier, ja, sollte, sollte schon eine gute Stellung sein, aber, ist auf jeden Fall nicht mehr, ein Spiel auf ein Tor wieder vor, unser Gegner hat, muss man so sagen, wirklich viel mehr Zeit, und ich bin jetzt auch gerade hier, äh, auf jeden Fall, okay, das ist interessant, schön auf den weißen Feldern festlegen, sieht auch nicht doof aus, okay, ein Schach, König E3, der aktiviert sich nur, hat wenig gebracht, also spiele ich hier Turm B8, ähm, mit der Idee hier zu nehmen. Was will weiß, eigentlich jetzt wirklich auf den König, oder auf diesen Bauern gehen, aber irgendwie, ähm, okay, B3, wenn, der Läufer zieht, dann ist dieser Bauer gedeckt, aber wir haben eigentlich gar keine Zeit, hier überhaupt irgendwas nachzudenken, Spielläufer A6, ähm, der Läufer zieht, genau nach G6, eigentlich auch eine richtige Schwäche auf G6, ich spiele Läufer C8, ah, das weiß ich auch nicht, ob das gut ist, ähm, aber ich spiele Turm F8, ich versuche ein bisschen Aktivität zu kriegen, mit den Türmen, ähm, wir haben echt einen schlechten König bekommen, ähm, aufgrund dieses Läufers, ja, guter Zug, zumindest, sieht sehr logisch aus, okay, ja, ich bin hier jetzt tatsächlich schon voll im, im Notfall-Modus, Läufer C8, ähm, ja, wir entwickeln jetzt einfach den König, haben hier, denke ich, ich kann es nicht einschätzen, der Gegner hat aktivere Figuren, wir haben die bessere Bauernstruktur, das ist ein Endspiel, das kann wirklich, äh, ja, auf ganz viele Art und Weisen ausgehen, ja, wir haben hier Freibauern, also ich, ich, vom Gefühl her sagt die Engine, ähm, dass Schwarz ein bisschen besser steht, aber das kann auch, kann ich mich auch voll täuschen, hier, weiß halt auch Freibauern, König zieht, okay, hier auf König E7, ist F5 gefährlich, ach, ich lauf, ähm, D4, sieht super komisch aus, ich weiß, ähm, hat aber schon Ideen, also, hier, nämlich Turm C3, sagen wir hier, Turm D3, Turm C3 droht halt nichts, also, der Turm ist, gedeckt, aber, also, es ist, echt, sehr kompliziertes, ähm, also, es sieht simpel aus, aber es gibt hier, es ist mit so wenig Zeit, das auch relativ schwer einzuschätzen, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, die 15 Minuten so schnell wegzuatmen, aber, okay, was, was wollen kann der Turm, ähm, ja, kann auch nach E5, E5 sieht schön aktiv aus, wie spielen wir dann, ähm, wahrscheinlich das Schachgeben, Bauer nehmen, ist frech, aber, glaube ich, möglich, oder Schachgeben und Laufen, sagen wir also, der Turm bleibt hier auf dieser, dritten Reihe, wohin geht er dann, wahrscheinlich schon hier hin, okay, ich spiele mal schnell, Turm C3 droht gar nichts, ähm, ah, vielleicht ist Läufer A6, ein schöner Zug, dann muss der Turm, okay, er spielt B5, schöne Prophylaxe, König E7, mit dem König auch relativ schnell hier, ähm, ja, die Bauern können schwach werden, aber, also es ist, es ist wirklich eine relativ unklare Stellung, vielleicht gibt es Leute unter euch, die wirklich Endspielmeister sind, die das jetzt hier direkt mit einem Blick gut bewerten können, aber ich, äh, ich nicht, also, ich, ich habe schon eine Ahnung, wie, wie das hier ausgehen kann, also ich würde schon sagen, dass Schwarz hier, außer es gibt irgendwo taktisches Potenzial, aber Schwarz hat hier, ähm, glaube ich, bessere Chancen, also wir haben gleiches Material, und das ist halt ein Doppelbauer, unser König ist jetzt gerade doch ziemlich aktiv geworden, tauschen, 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 also mein Plan ist jetzt eigentlich relativ, okay, Schach, gebe ich tatsächlich einen Schach, ähm, der König geht denke ich nach, ah, hierhin kann er nicht, wegen Läufer A6, fiese Drohungen kann man hier in so einer Stellung auch mal übersehen, aber ich meine, er hat ewig Zeit, sieht er, oder sie, ich habe jetzt einen Schach, das gar nicht schlecht aussieht, ähm, aber ich gehe trotzdem hier hin, habe nichts gegen den Turmtausch, der Bauer hier, der fällt, jetzt kann Weiß gegen den Turmtausch arbeiten, will Weißer wahrscheinlich nicht, weil der dann auch noch weg ist, also das ist zwar gerade eine gute Passage, aber schön konzentriert bleiben, wir haben 8 Sekunden, hier kann alles passieren, mhm, Turmtausch kann schon aufs Brett kommen, diesen hier, okay, ähm, welchen nehme ich, das kann ich so leicht, ähm, ich nehme den unteren, der ist näher am Umwandlungsfeld, aber der obere wäre wahrscheinlich, das ist auch nicht schlecht gewesen, dieses Schach hier ist sehr interessant, weil wir dadurch eine aktive Stellung kriegen, ah, jetzt hängt der, natürlich, mhm, okay, 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 schnell, präzise, Schach geben, lockt den König sogar noch auf ein besseres Feld, es war wieder nichts, ähm, ah, jetzt ist der Gegner, jetzt wird der Gegner aktiv, das war, das war nicht genau, okay, hier, damit habe ich nicht gerechnet, echt wenig Zeit, ich gehe mal auf dieses Feld, um den Turm ein bisschen an den Bauern zu binden, das interessiert, weiß aber wahrscheinlich nichts, hier, Turm, D7, sieht gut aus, das Schach sieht gut aus, schwierige Stellung, ähm, wie spiele ich auf das Schach, das ist der fossilenste Zug, den muss ich rechnen, König C7, schlägt, droht dann wieder ein Schach, okay, ähm, gut, dass ich schon angefangen habe zu rechnen, ähm, ja, ich gehe hoch, ich suche Aktivität, ist alles sehr gefährlich, schlägt, ähm, der Bauer hier hängt, mein Läufer hängt aber auch, wie spiele ich auf Turm E7, forcierender Zug, ich gehe mal hier hin, okay, es hat jetzt eine Remitendenz, aber der Bauer kann auch laufen, aber dann gehe ich vielleicht ins Läufer einspielen, oh, das Läufer einspielen könnte cool sein, wenn der Bauer läuft, ähm, okay, er schlägt einfach, das ist relativ trocken jetzt, ähm, wobei, Turm H7, oh, Turm H7, heute haben wir echt eine, sehr spannendes Endspiel am Brett, ich bin jetzt hier, ähm, ich tausche jetzt hier den Läufer und Opfer den Bauern, ähm, weil ich denke, jedes Turm Endspiel ist, jedes Turm Endspiel hier ist Remi, auch wenn er schlägt, wir tauschen, ähm, Bauer schlägt, wir gehen dahinter, das sollte auch alles Remi sein, ähm, ist zwar ein schneller und starker Freibauer, aber wir haben, ähm, den Turm dahinter und es ist nirgends anders mehr am Bretten, Bauer, ja, kann man noch, kann man noch verlieren auf Bauer schlägt, glaube ich, ähm, die Frage ist auf Bauer schlägt, wie spielen wir am besten, okay, Turm schlägt, relativ simpel, wir gehen dahinter, Bauer wird ziehen, wird ziehen mit dem König, haben gar keine andere Option, König zieht, König zieht, König zieht, okay, König zieht, König zieht, ich weiß nicht, er hat einen Zug verloren, warum auch immer er das gemacht hat, also war ein bisschen langsam dahinter, der König zieht nach G4, dann geben wir zum Beispiel einen Schach, okay, geht hier hin, okay, aber jetzt hätten wir auch, Turm F, König F5, das sieht relativ simpel aus, ja, König F5, ah, ah doch, ich habe dieses Schach kurz nachgedacht, aber schlagen wir raus, und, okay, die Stellung ist jetzt, einfach in mir, also der Turm kann jetzt wieder zur Seite ziehen, ähm, dann ziehen wir zum Beispiel den Turm, der König zieht, oh, okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Turm einstellen, ähm, okay, es ist noch nicht, es ist noch nicht ganz simpel, aber also schon relativ leicht, Turm A6, ähm, dann hängt unser Turm, wir dürfen nicht mit dem Turm hier hinziehen, äh, da gibt es gleich einen Schach, und dann tauschen sich hier Türme, und der Bauer läuft davon, das heißt, auf diesen Zug hier, ähm, müssen wir, ähm, entweder mit dem Turm runter von der A, H-Linie, glaube ich, gibt es auch Remis-Wege, oder wir ziehen nach H4, auf H4, ist die Drohung König G5, mit dem, äh, Bauerngewinn, weil wenn der dann zieht, nehmen wir ihn raus, und sonst schlagen wir ihn, der kann nicht mehr gedeckt werden, auf, Turm A6, Turm H4, okay, König schlägt, jetzt haben wir, ganz simples Remis, also das war, auf jeden Fall, also ich bin super unzufrieden, weil wir, wir analysieren das jetzt, in meinen Augen war da viel mehr drin, also, einfach völlig, völlig, dieses doofe Läufermanöver, aber, ich bin gespannt auf die Analyse, und hoffe, euch hat's gefallen, ihr habt was gelernt, liked das Video, abonniert den Kanal, schaut euch mal den, Einsteigerkurs an, falls ihr das Gefühl habt, ihr irgendwo Lücken, in eurem Repertoire, in eurer schachlichen Grundausbildung, auch in eurem Repertoire, aber auch ein bisschen Eröffnung mit drin, ja, bis gleich, willkommen zurück, danke fürs Zuschauen, und jetzt, ähm, machen wir hier eine, eine schöne Analyse, erst mal, dieses Lone-System, diese Variante, wo der Springer auf F3 steht, und nicht auf D2, hier habe ich schon, länger drüber, schon häufiger drüber Worte verloren, das ist einfach nicht so stark, wegen D1 B6, und wir haben auf jeden Fall Ausgleich, ähm, Dame C1, ja, die kann auch nach B3 gehen, dann haben wir aber diese schöne Stellung mit C4, entweder tauschten sich die Damen, die Struktur ist nicht gut für, für Weiß, wegen, wegen B5 von P4, hier spielt auf jeden Fall Schwarz auf Sieg, oder Dame C2, aber hier kommt Läufer F5, der nicht genommen werden kann, wegen Damenschleck B2, und der Turm ist weg, dann muss die Dame jetzt nach C1, und hier, ja, hat, hat, Schwarz einfach nur noch ein Tempo mehr, also ich habe hier so, ähm, Dame C1, getauscht, getauscht, ich mag es, wenn hier dieser Tausch raus ist, dann ist die Struktur festgelegt, wir haben eine Karlsbader Struktur, mit diesem Minoritätsangriff, Plan, die dann in der Partie auch voll kam, und ihr seht, das hier ist ein Minus davor, aber die Stellung ist ausgeglichen, aber wir haben einfach, ähm, keine Probleme mit, mit Schwarz, hier, habe ich jetzt dann so langsam rumgesponnen, mit den Ideen Springer B4, aber es bringt halt, oh, gerade stand es sogar da, mit Dauerschache, ich dachte jetzt hier, auch Hade, Springer C2, Turm zieht, und Springer B4, ah, klar, stimmt, Springer B4, jetzt, entweder Dame E3 mit, Qualitätsopfer, das, glaube ich, spielt kein Mensch, sondern Turm A1, ähm, und dann hätte ich sozusagen, hier wieder diese Wiederholung, aber wollte ich eh nicht, ähm, okay, Rohade, H3, H6, Rohade, Springer E4, Blunder, was? Ja klar, natürlich, wegen Springer D7, habe ich ja gesagt, einfach hier die Gabel übersehen, hat der Gegner auch übersehen, hier wäre zum Beispiel A5, ein starker Zug, ähm, Raum gewinnen, A4, A3 eventuell, auch eine gewisse Art von Minoritätsangriff, und Kerl hat Schwarz übersehen, Springer schlägt D4, wir haben einfach diesen Bauern mehr, es war so eine schöne Partie, ist echt bitter, ähm, geschlagen, Läufer schlägt, da haben wir D2, Springer C6, war auch alles relativ solide gespielt, Tum E1, Springer E5, ich weiß nicht, warum hier oben die ganze Zeit 1,5 Bauern steht, und dann stehen hier unten ganz andere Bewertungen, na egal, ähm, Läufer G5, auch hier ein guter Zug, also es steht, es steht hier unten nur, ähm, das ist eigentlich schon plus 2,5 Vorteil ist, ähm, aber oben die Bewertung bleibt immer gleich, also, auf jeden Fall stehen die besten Züge da, das hier ist glaube ich alles in Ordnung, getauschen war auch in Ordnung, Läufer schlägt, A6, und hier war, es war wirklich sehr solide gespielt, habe ich auch das Gefühl, es sind ja fast immer hier die besten Züge, ähm, G3, Turm FC8, auch wieder, und F4, Läufer E7, okay, die Engine sagt sogar, zieh den nach D8, und danach nach B6, D8, und danach nach B6, das sieht auch nach einem interessanten Plan aus, weil dann, auf das Tauschen steht, und mit dem Turm hier auf B6, und hier B5, auch alles in Ordnung, ich würde an eurer Stelle auf die untere Bewertung schauen, aber beide sind, sind traumhaft für Schwarz, in so einer simplen Stellung, Läufer C5, und das war hier schon nicht so genau, die Engine würde jetzt hier, ähm, okay, zum Beispiel Läufer E4 spielen, und dann Läufer F6, also wirklich diesen über F6 Abtausch, das wäre im Nachhinein noch viel besser gewesen, C5 war echt unnatürlich, ähm, weil wir haben es gesehen, Läufer C5, Läufer schlägt C5, oh, Entschuldigung, Läufer C5, Läufer schlägt C5, Turm schlägt C5, Turm D1, aber ich meine, es ist schon eine Traumstellung, A5, Turm D4, aber jetzt habe ich angefangen, wirklich Schwachsinn zu machen, diese Idee mit Läufer C1, ähm, ist einfach nicht gut, also ihr seht das hier jetzt im nächsten Zug, sagt, ich stelle den doch wieder zurück nach E4, aber dadurch, dass ich ihn jetzt hier auf diese komische Diagonale gebracht habe, ähm, hat der Gegner diese starke Diagonale bekommen, und dann Läufer C4, Läufer C2, ist es gar nicht so leicht, und jetzt müsste man hier, äh, genauer spielen, A4, natürlich, okay, den, den, A4 hätte man schon sehen können, ähm, verhindert einfach B3, behält den Raum, ähm, die Frage ist für mich so ein bisschen, was ist mein weiterer Plan, wo, wo knacke ich die Stellung, aber wahrscheinlich hier König aktivieren, weil es kann sehr wenig machen, also zum Beispiel König nach D6 stellen, dann F6 und, und E5, sieht schon mal, das spielt nicht schlecht aus, okay, aber also, B4, und ihr seht das, jetzt auf einmal ist die Stellung so, nur noch leicht vorteilhaft, und man hat das auch gemerkt, also ich habe meinen Bauern ja zurückgegeben, F5, Turm zu 6 auch in Ordnung, F schlägt, Schwarz steht noch leicht besser, mehr aber nicht, Turm B8 war jetzt schon falscher Plan, besser wäre, zum Beispiel König F7 und König E7, ja, König aktivieren, macht Sinn, und diese Fesselung hier, kann Weiß nicht so richtig ausnutzen, Turm B8, B3, läuft A6, und jetzt die Stellung schon ausgeglichen, Schach, tauschen, tauschen, das war auch alles, oh, das war richtig schlecht, Blunder sogar, also ein richtig schlimmer Einsteller, besser wäre jetzt gewesen, klar, den König aktivieren, also jetzt, natürlich sage ich jetzt klar, aber, also, achso, nee, also ich habe den, stimmt, der Turm deckt doch einfach, der Läufer C8 war unnötig, weil der Läufer stand gut, ähm, und König aktivieren, das sehe ich jetzt auf einen Blick, ich meine, ich hatte 17 Sekunden, aber, also, ist ein trotzdem unnatürlicher Zug, hier wäre, B5 viel besser gewesen, direkt mit dem Freibauern laufen, finde dann ein bisschen den Turm, an die Verteidigung, also, die Idee ist es B5, Turm zieht, Turm A1, eigentlich logischer Weg hier, zu aktivieren, droht dann auch mal so, Turm A8 Sachen, könnte eine unangenehme Stellung, also, sehr unangenehme Stellung sein, Turm E3, König E8, hier, okay, das ist halt ausgeglichen, weil, also, ich war mir in der Partie nicht, nicht sicher, also, es gibt hier auch, wahrscheinlich noch Tricks, aber, aber, wir landen halt hier, also, mit jedem Bauer, der getauscht wird, landen wir mehr, bei einem ganz ausgeglichenen Endspiel, ähm, und hier war jetzt nicht mehr so viel drin, ich habe jetzt noch was versucht, aber, oh, ich sehe gleich noch einen Blunder, spannend, und König C5, total schlecht, oh, und hier gäbe es einen Gewinnweg für Weiß, krass, das ist, das ist jetzt nochmal eine Überraschung zum Ende, hier, der beste Zug, der ist eigentlich schon logisch, muss man sagen, ähm, also, ich weiß, hört sich im Nachhinein ein bisschen komisch an, wenn ich dann sage, ja, logisch, aber, also, Turm A2, macht ja total Sinn, wir schneiden den König ab, der braucht erstmal 1, 2 Züge hier zum Turm hin, und dann ziehen wir vor, und dann braucht er wieder 1, 2, 3 Züge hin, also 5 Züge, in der Zeit sind wir auch schon locker hier, und dann, sparen wir uns einfach viel Zeit, mit Turm C5, ähm, könnte der Gegner jetzt hier, nicht König E2, das ist auch der Zug, wo ich gesagt habe, ich wundere mich, warum er über E2, ähm, hierhin, dahin geht, das sind 3 Züge, hier wäre ein 2 dran, das hätte tatsächlich das Tempo, das es ausgemacht hat, König F2, und wenn wir jetzt einfach ganz normal laufen, ist der König relativ schnell, ähm, zum Beispiel hier, Turm A1 sieht besser aus, König F4, und wir kommen mit dem König nicht mehr ran, und der hier ist schnell, und wenn wir das versuchen aufzuhalten, zum Beispiel mit dem Schach, kommt König E5, der Bauer droht zu laufen, und dann, also wenn wir jetzt nichts machen, läuft der Bauer, der Turm geht dahinter, auch auf das, diesen Zug zieht der Turm einfach dazwischen, heißt, wir müssen dahinter gehen, und der König kommt rein, mit König F6, grauenhaft, einfach, hätte einfach gewonnen, also, ähm, Turm A2 wäre so ein wichtiger Zug gewesen, hier habe ich echt was, äh, mitgenommen, ich hoffe ihr auch, ähm, König E3, und jetzt, das, also jetzt kam jetzt König E2, und jetzt bin ich, ähm, zu schnell, und die Stellung ist Remi, weil, wir haben es gesehen in der Partie, ich bin dran, jetzt wäre wahrscheinlich der bessere Versuch noch gewesen, wegzuziehen, mit der Idee, das hier stellt, die Partie ein, nach Turm A5, Turmtausch, aber ich wäre nach H4 gegangen, König zieht, geht zum Beispiel wieder hoch, und es gibt irgendwie, der König kommt nicht voran, und der Bauer kommt nicht voran, wenn der Turmschach gibt, gehen wir einfach ran, und, ohne auch Turm G5, also ich glaube, das ist Remi, spannende Partie, voll spannend, ich habe, ähm, einiges, glaube ich, mitgenommen, ich hoffe ihr auch, liked den Kanal, äh, liked das Video, abonniert den Kanal, jetzt bin ich auch durch, nach dem langen Video, und, wenn ihr irgendwas übrig habt, freue ich mich über jede Spende, ihr findet den Link unten, ein Patreon gibt's auch, falls ihr, falls ihr den Kanal unterstützen wollt, oder ein Coaching wollt, macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.